Letztes Jahr mit Arzis in Galatea an der Alten Eiche unterhalb der Kapelle war in der Tat ein großartiger Auftakt. Ich glaube, wir hätten uns nichts besser wünschen können. Der Wettergott hat mitgespielt, das Publikum war großartig, es war eine überwältigende Resonanz. Es kamen unglaublich viele Menschen, die auch zum ersten Mal zu einer Opernaufführung gekommen sind. Es hat uns sehr gefreut, dass alle so begeistert und so beschwingt dann wieder von dannen gezogen sind. Und immer wenn ich an dieser Eiche vorbeigehe, dann muss ich an diese Aufführung denken. Und ich sehe diese großen bunten Blumen und ich sehe die Sänger. Was für mich so sehr beeindruckend war, aus diesem wunderbaren Park, den wir ein Jahr zuvor noch fast in seiner Urwüchsigkeit und Wildnis erlebt haben, jetzt mit der Arzis in Galatea plötzlich aufblühen zu erleben. Es hat komplett neue Perspektiven in den Park hineingegeben. Wir haben viel verändert auch seitdem. Aber das ganz Besondere für mich war, das erste Mal zu erleben, dass der Park eine ganz andere Funktion bekommt. Es ist nicht einfach nur schön, es ist nicht einfach nur in Anführungszeichen Natur, sondern plötzlich die Symbiose, Symbiose mit dem für mich höchsten Inbegriff der Kunst. Musik ist vergänglich, genauso wie die Natur vergänglich ist, und dieses gemeinsam erleben zu dürfen. Es hat uns nachhaltig stimuliert, das Ganze eben nicht als Eintagsfliege zu betrachten, sondern zu versuchen, daraus einen gewissen Rhythmus zu entwickeln, an den wir uns sicherlich auch noch nähern und herantasten. Und natürlich müssen wir uns die Frage stellen, was ist für nicht nur den Künstler, sondern auch das Publikum das Besondere? Wir haben so hochkarätigste Musik in Berlin und in Hamburg. Warum setzt man sich ins Auto oder in die Bahn für zwei Stunden Neuvizo? Wir haben alles, was wir uns an High-End klassischer Musik vorstellen können. Aber etwas ist hier besonders und das ist die Symbiose aus Natur und Musik. Deswegen glaube ich auch für alle Ideen, die wir baulich haben, ist das ein ganz zentrales Thema. Wie gelingt es uns auf der einen Seite, die baulichen Konzeptionen natürlich ganz besonders anspruchsvoll auch in der Nachhaltigkeit zu realisieren, aber immer wieder den Park und die Natur zu integrieren? Und ich glaube, das hat jeder bislang betont, zu sagen, was für ein bemerkenswerter, motivierender, stimulierender Ort. Den haben wir so noch nie erlebt. Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, eine Mozart-Lieblingsoper aufzuführen. Das ist Cosi van Tute. Cosi van Tute ist eine Oper, die nicht nur musikalisch unglaublich schöne, lyrische, fast schon teilweise melancholisch bezaubernde Arien hat, sondern die Cosi van Tute ist so simpel, wie sie vom Inhalt ist. Es geht um Liebe und nichts anderes, Verzweiflung, Enttäuschung und dann wieder Liebe, damit das komplizierteste in unserem Leben. Und das wollte ich schon immer in meinem Leben hier auch wirklich einmal selber mitgestalten dürfen, mitentwerfen dürfen an der einen oder anderen Stelle. Und diesen wunderbaren Traum kann ich mir, können wir uns dieses Jahr hier in Vize erfüllen. Ja, unsere Idee ist ja, mit den Opern bestimmte Räume und Gegebenheiten im Park besonders zur Geltung zu bringen, auch auch vielleicht Orte, die sonst gar nicht so sehr beachtet werden würden. Dazu gehört auch, dass wir auf die Geschichte des Parks ein bisschen achten. Und die Christine Thornquist war mit der Nele Elegies im Frühling hier und wir sind durch den Park wieder gegangen und haben überlegt, welchen Ort wir wählen würden für Cosi van Tute. Und überraschenderweise haben die zwei sich ganz schnell für diesen Buchenlaubengang entschieden. Das hat uns zuerst viele von uns überrascht. Aber dann war es, schien es mir ganz besonders plausibel, weil ja in der Gartenkunst des 18. Jahrhunderts ganz viele solche Laubengänge vorkommen und eigentlich immer die Pavillons, die Laubengänge, die kleinen Achsen in den Parks, die Orte sind für erotische Begegnungen und Vergnügen. Und das passt ungeheuer gut zu diesem Stück. Ich glaube, in diesem wunderschönen Park kann man nichts Ernstes machen oder zumindest nichts Tragödisches. Und es ist wirklich eine Buffo-Oper, wie es im Buch steht. Jeder Musiker wird mich steinigen dafür, aber für mich ist es fast was wie eine Operette. Die Musiker steinigen mich übrigens nicht dafür, sondern die Musiker lieben dich sogar dafür, weil die finden das in der Tat exzellent lustig. Vor allem verfolgst du ja jedes Bild einzeln und für sich. Also das ist eine sehr fantasiereiche, schnelle, sehr bildhafte Inszenierung. Genau das braucht man hier in Parkauch. Die Musiker sind hervorragend. Das ist das Orchester für alte Musik Vorpommern. Die setzen sich zusammen aus zwei Gruppen. Also die kommen zur Hälfte aus Polen, zur Hälfte aus aus Vorpommern oder aus dem Einzugsbereich zwischen Hamburg und Berlin. Und ja, hochinteressante Mischung. Also diese Instrumente, mit denen wir spielen, sind die Instrumente dieser Zeit und ist das richtige Instrumentarium für die Mozartmusik. Das ist, wir spielen auf 430 Hertz, genau wie es wahrscheinlich gewesen ist. In der Inszenierung habe ich mich weniger auf die vier jungen Figuren, die zwei Paare oder diese vier Figuren, die dann jeweils verschiedene Paare bilden, gestützt, sondern mich vor allem für den Zyniker Don Alfonso interessiert. Der, meine Theorie, wenn der einmal glücklich ist, dann wird die Welt eine bessere und dann kann die Liebe endlich walten. Was erwartet Sie? Eine witzige, eine komische, eine lebendige Inszenierung mit unglaublich tollen Sängerinnen und Sängern. Sie nimmt plötzlich diesen doch scheinbar ernsten Thema der Liebe, des Verlassenwerdens, des Begehrens, der Begierde, des Zusammenfindens, der Niederlage etwas der Melancholie und lässt es in einem sehr, sehr heiteren Gesamtkontext erscheinen. Genau, und dazu die Glückseligkeit. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Schöne ist, Sie werden geblendet von der Sonne. Das ist etwas, was heute außerordentlich erfreulich ist. Es wird sich so in 30, 35 Minuten, weil die Sonne hinter der schönen Pyramideneiche verschwinden wird, etwas verbessern. Aber lassen Sie uns erst mal freuen auf ein wahres Kaiserwetter, dass wir heute hier, ich würde mal sagen, zur wahren Premiere gemeinsam mit Ihnen, zur Cosi van Tute feiern dürfen. Ich darf mich vielleicht vorstellen, das ist seine Frau, Ines Weberholz. Das ist seine Frau und Ihr Mann Androlz. Wir sind... Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Wir sind große Opernfans und haben uns etwas Großes vorgenommen, gemeinsam mit Ihnen wirklich große Oper heute hier genießen zu können und genießen zu dürfen. Aber Sie können sich vorstellen, da sind viele, viele helfende Hände und denkende Menschen involviert gewesen. Ich möchte nur einige ganz wenige Namen hier zu Beginn nennen. Das sind einmal Anne, Fred und René. Das sind unsere Mitarbeiter im Haus, die wirklich gearbeitet haben die letzten vier Monate. Wie Hölle, denn wir haben große Veränderungen hier im Park vorgenommen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Wir haben den Teich vergrößert, vertieft. Der musste wieder gefüllt werden mit Wasser. Wir haben große Zisternen einbringen lassen, weil ich etwas ganz Verrücktes finde, dass wir das wertvolle Trinkwasser für die Toilettenspülungen nutzen. Wir haben Stromtrassen, ich glaube, über einen Kilometer durch den Park gelegt, damit wir genau solche Events hier organisieren können. Das wäre ohne Anne, Fred und René nicht möglich gewesen. Dort hinten sitzen Sie. Einen besonderen Applaus bitte. Steht ihr bitte einmal auf? Seid so gut. Bitte einmal aufdenken. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch einen ganz großen Dank an die großartigen Sängerinnen und Sänger sagen. Da werden Sie hoffentlich mit einem sehr, sehr lauten Applaus zu den Arien, die Ihnen ganz besonders gut gefallen. Seien Sie nicht scheu. Ich glaube, die Dankbarkeit und die Freude gegenüber den Künstlern mit Applaus auszudrücken, ist etwas ganz Wunderbares. Tun Sie das gerne. Sie werden mich manchmal in großer Begeisterung und dann besonders laut schreien hören. Seien Sie von daher nicht verwundert. Nutzen Sie das, um da gerne mit mir in den Applaus einfallen zu dürfen. Wir haben auch die große Freude, ein sehr, sehr gutes Orchester, hier ein deutsch-polnisches Orchester heute, mit uns haben zu dürfen. Aber auch hier würde ich sagen, der besonders laute Applaus dann zwischendurch und am Ende ist der größte Lohn, den wir den Musikern zukommen lassen können. Das Besondere im Orchester, das wird Ihnen sofort auffallen, sind historische Instrumente. Das ist ein Experiment, das wir dachten, dieses Jahr mal auszuprobieren. Das müssen wir schauen. Die sind natürlich sehr, sehr filigran. Sie sind nicht ganz so brillant und nicht ganz so laut wie die modernen Instrumente. Seien Sie also nicht verwundert. Es sind trotzdem außerordentlich gute Künstler, die mit großer Freude diese gesamte Aufführung hier auch begleiten. So, was habe ich vergessen? Ich würde mal sagen, Bühne frei. Ich möchte jetzt sagen, jetzt übergeben wir an dich, Juri. Die Bühne ist frei. Vielen Dank und viel Freude und viel Genuss. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020